... kann verwahrt werden. Zum Schluss ein etwas ermutigendes Zitat. Meine Überzeugung mit Recht, es wechseln die Feind. Die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halb. Und gehen sie an ihre Augen, die blutige Hände. Es wechseln die Zeit. Da hilft kein Gewalt. Und die letzte Zeit sind wir alle, am Grunde der Mäuler, wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben in Prag. Das Große bleibt groß und klein, nicht das Tag. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag. Ich wünsche euch eine wunderbare Tagung. Dankeschön. Dankeschön.